Moin! Willkommen in Hamburg am Hauptbahnhof. Im Sommer des Jahres 2021 wurde im Hauptbahnhof der westlichste Bahnsteig modernisiert, also der Bahnsteig zwischen den Gleisen 13 und 14. Diese Ansicht ist von der Brücke der Ernst-Merck-Straße aufgenommen. Der Intercity fährt in Richtung Hamburg-Dammtor. Rechts seht ihr Schutzhaltscheiben auf den abgesperrten Gleisen und dahinter auf Gleis 14 einen Bagger. Der Nord-Süd-Fernverkehr musste während der Bauarbeiten überwiegend am daneben liegenden Bahnsteig mit den Gleisen 11 und 12 abgewickelt werden. Dort fuhren die Züge in dichter Folge. Hier wird eine Geschwindigkeitsbeschränkung auf 30 km pro Stunde angezeigt. Sie gilt für diesen ICE, der schon im Gleisvorfeld gewartet hatte und unmittelbar nach der Ausfahrt des Intercity in Gleis 12 einfahren durfte. Gleisvorfeld Gleisvorfeld Wie ihr auf der Anzeigetafel seht, fahren extrem viele Züge von den Gleisen 11 und 12 ab, denn die Gleise 13 und 14 stehen nicht zur Verfügung. Ein Blick auf den Bahnsteig zwischen den Gleisen 13 und 14. In diesem Bereich, innerhalb der Halle, ist er schon weitgehend fertig, aber die Zielanzeiger zeigen noch Bauarbeiten an. Auf den beiden Gleisen daneben herrscht dichter Betrieb. Ein Intercity kommt an und der ICE 2, den wir eben schon außerhalb der Halle beobachtet haben, fährt ab. Nun stehen wir auf der Steintordammbrücke südlich der Bahnhofshalle. Hier seht ihr die beiden neuen Treppen zu den Gleisen 11 bis 14, die Mitte August schon fast fertig waren. Gleis 14 sieht frisch geschottert aus. Ein Blick die Treppe hinunter. Die neuen Treppen bieten einen direkten Zugang zur Mönckebergstraße und zur Innenstadt, sowie in der anderen Richtung zum Hamburger Zopp. Links neben dem großen Gebäude des Museums für Kunst und Gewerbe seht ihr das geschwungene Dach des Zopp. Während der Bauarbeiten kam es zu ungewohnten Betriebsabläufen. So seht ihr hier im Vordergrund auf Gleis 10 ein Intercity in einer Warteposition. Ein Blick von der Altmannbrücke, also noch weiter südlich, über Gleis 14 und den Bahnsteig. Im Hintergrund sind die beiden neuen Treppen zu sehen. Neben Gleis 14 lagen zu diesem Zeitpunkt noch Baumaterialien. Außer dem Fernverkehr musste auch der Nahverkehr in Richtung Süden an Gleis 11 und 12 abgewickelt werden. Das waren vor allem die Metronomzüge in Richtung Bremen und Uelzen. Die Züge von und nach Cuxhaven begannen und endeten in Hamburg-Harburg. Fahrgäste nach Cuxhaven mussten mit einem Metronomen nach Harburg fahren und dort umsteigen. Hier noch einmal ein Blick zur Bahnhofshalle mit dem Intercity auf der Warteposition. Die neuen Treppen außerhalb der Halle sollen die Treppenanlagen am Südsteg des Hauptbahnhofs entlasten. Beide Bahnsteige haben dort jeweils eine Treppe nach Norden innerhalb der Halle und eine nach Süden zum Bahnsteigabschnitt außerhalb der Halle. In der Hauptverkehrszeit ist es auf dem Südsteg oft noch wesentlich voller als auf diesen Aufnahmen hier. Am 19. August fuhren wieder Züge auf den Gleisen 13 und 14. Die neuen Treppen waren allerdings noch nicht freigegeben. Und damit sag ich für heute Tschüß – und bis zum nächsten Mal!